herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte in thüringen wir arbeiten jetzt weiter umkommen kämpfung auf feld 38 ich wünsche allen einen schönen samstag ich danke allen fürs zuschauen und fürs leiten und fürs abonnieren wenn die tat hat zu tun kostet ja nix und wir starten weiter erfahrung im feld 8 wie gesagt punkte schauen wir uns das karte an weil der ist gerade die erobende ecke passt das heißt er muss noch einmal nachschub holen und er geht los ansonsten starten wir mit der aussage da ist auch fast er müsste eigentlich zwei kurse jetzt werden wir gleich überwachen denn ich weiß nicht ganz genau aber das gleiche aber wenn wir sehen wir beginnen häufig in einem neuen aufnahmerezell und zwar reiz nach ersten und vorn fertig heute abend samstag und heizt mich frei und rechts ist auch in hausseit aus in andere Höhe festen lassen darf da gehen wir noch nicht aus nein nein bleiben könnt ihr schön halbwegs kühlen ohne obwohl die sich auch mittlerweile aufheizt aktuell arbeitet der ventilator die klimanlage habe ich zwar auch aber die ist ein bisschen laut die klimanlage kommt als letzter schritt in frage und oben noch ein luftkühler rechts neben hier dann sieht der fett ganz vorne und naja die pfanne dürfen reißen ich habe denn ja Turing hat halt so scheiße gehalten die klimanlage kommt ja ein bisschen lang zu blau wie ihr seht ist schon alles vorbereitet für die Ernte aus der 38 das wird ja bald reicher der nun leider hell jetzt mal schauen dass wir heute auf zelt zwölf gucken wir mal auch aussehen dann haben wir den ersten Ende über den hofer ein bisschen mehr licht machen los da rein das ist der kurs für den großen gespannten auf den engen da sind wir noch so eine Gelegenheit tolles einfahren Auf dem Fahrzeug, wie gesagt, hat er nur den Acker, das ist ein anderer Eiter, genau. Auf Landkosten, auf Flügeldinger. Das ist ja keine Koalition, die wir hier wollen. Wenn er klappt, müssen wir gleich mal auf dem anderen gehen. Wenn er fährt, ist er da. Dann muss man hier hinstellen. Ja, das ist nicht ganz wichtig, sonst kann er nicht durch. Ja, macht er Falzen auf. Saatgut, Falzen. Passt. Wetter gerade. Ja, irgendwie. Den Kurs ab. Schauen wir mal, ob er hinkriegt. Das sieht nicht ganz gut aus. Jüngerfahrer unterwegs, äh, warte. Andere Kollegen unterwegs, das war anscheinend richtig. Wir haben auch eine große anschaffen müssen, das haut es so nicht hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Koste besser klappen würde, wenn wir auch die Großen arbeiten können. Aber die Koste kostet nicht viel Geld. Die anderen Waren sind ja auch da, aber das ist der aktueller Preis. Da ist ja für Raps, müsste mindestens 1.300 bis 1.400 Euro sein und für Hafer ist auch so 1.000 Euro. Wenn ein guter Preis ist. Also da ist noch ein bisschen dürftig. Nicht ganz verstehe, wie soll er jetzt da nicht gleich hinfüllen. Wir haben es entsprechend das neue Hohen. Und dann muss das hier aussagen. Hier in den großen Feldern müssen wir mindestens 2 W-Maschinen haben. Oder müssen wir Pflanzenwachstum ausschalten. Die nächste Wachstumstufe müsste kommen. Und die richtige innere Früh um 7 oder 8 Uhr. Das ist wirklich das Weizen jetzt vor, dass man so schnell damit ich fertig bin. Das Wurstfeld macht ja auch genau die Felderränder so wie es sein soll. Also wie die Felderrand ist. So. So fährt er auch anfänglich. Der hat doch 2 kommende Kurse, warum fährt er denn nicht? Und das ist richtig, was ich gar nicht. Der Treifen selber ein, das hat jetzt auch nichts. Der Treifen selber ein, das ist jetzt auch nichts. Und da fehlt was. Das ist wilder Fahrer. und jetzt haben wir wenig sicht hier müssen wir jetzt hier schauen dass wir uns zurecht für den dunkeln hier so ein leuchtpolier anbauen in der mittleren streifen entsprechend ld-lappen einbauen aktuell hat das bis zum spiel sagt nicht wo wir es vielleicht daran also immer sind es hat er geht auf zwei kommende kurse normalerweise hätte er jetzt allein nachher fahren und nicht mehr wild über den acker fahren und dann mal schauen immer wieder ausnahmsicht ganz zu sehr auch schlecht sagen ein kurs ach so ja gut dann muss man ja auch feld 12 damit die große ernte bei soja irgendwann gegen die nachte fliegen aber nicht der gar nicht gefüllt die lampe hin ich sah mal nicht Aber ich weiß, ich mag, dass es dunkel ist. Das mag ich überhaupt nicht, wo das gar nicht gut ist, weil da nicht jemand auf dem Feldrand ist. Hier haben wir Licht. Ja, ein bisschen weit außen. Ein bisschen drehen. Kann man hier so hinstellen. Ein in die Richtung. Witzbord. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir das genau, wo es mir wieder reicht. Da ja die böse Vorahnung hat, dass das nicht reichen wird, wir werden gleich den nächsten Kurs anhängen. In der Hoffnung, dass es auch klappt. Wir neigen uns dem Ende entgegen, langsamer sicher. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft, wir haben zumindest die Unkrautbekämpfung wieder in Gang gebracht, wir haben die Aussage läuft, geht auch dem Ende entgegen und dann können wir in Richtung zweite Folge, ich denke mal Unkrautbekämpfung, naja, das war noch nicht fertig, da steht was von Ende Zeit, von 46 Minuten, naja, dann wisst ihr ungefähr, wie lange dauern wird, bis Sonntag. So, der arbeitet schon mal, der arbeitet auch, das ist ein gutes Stichwort, arbeiten, aufhören, jetzt sagen wir mal Schüsse und Unterricht, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde euch gerne, ja, würde mich gerne freuen, über ein Like oder ein Abo, vielen Dankeschön und ich hoffe, dass wir heute noch ein weiteres Wiedersehen, heute, zum zweiten Folge, wenn wir noch ein Füß auf den Film gehen, dann wird es verkaufen.